Es ist gar nicht lange her, da war ich in Südafrika und habe in der Nähe von Johannesburg die beeindruckende Arbeit des niederländischen Arztes Hugo Tempelmann kennengelernt. Und als wir dort waren, gab es ein spontanes Konzert, ein Chor, der gesungen hat. Und das ist unglaublich, was die für ein Gefühl vermittelt haben, für einen Rhythmus vermittelt haben. Und ohne, dass ich jetzt was dazu tun konnte, dieser Chor hat sich über die Jahre prächtig entwickelt. Mittlerweile starten sie sogar in Amerika ganz groß durch. Heute Abend sind sie zu Gast bei Ein Herz für Kinder, der Nlovo Youth Chor. Herzlich willkommen und viel Spaß mit den Künstlerinnen und Künstlern aus Südafrika. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Der Nlovo Youth Chor aus Südafrika. Und der Novo Youth Corps aus Südafrika.